Ah, Januarlöchen. Nächste Runde. Was? Neko zum Bannen? Der Mann muss da eine schlechte Erfahrung gemacht haben. Das bin ich mal gespannt. Ein Ghoul. Oskar. Support haben wir, wollen wir noch mal sehen, wen ich denn dann nehme. Spirit ist natürlich wieder schwer. Ja. Goddammit. Das ist ne gute Idee war. Defense wäre eigentlich mal ganz gut. Wingardly Support. Wingardly Support? Seit wann das? Sag es einfach jetzt die? Das ist so schwer zu sagen, ob wir das jetzt gewinnen. Der Mann mit dem Koks ist da. Ja. Ja. Im Ernst jetzt? Schaut mal rum, oder? Oh. Oh shit. Weng... Wengful. Oops. Weng... Wengiful. Weng... Uh. Gut. Hier eigentlich... Ausweich-Chance. Shit, nochmal den Zaubern wird es ein bisschen schwer. Zaubern, auszuweichen. Out of sight wäre eine Möglichkeit, aber... Das Problem ist einfach... So, da haben wir es schon. Ähm, mein Mana. So, grundsätzlich. Spirit and Monkey King, okay. So, das ist ein bisschen schwer. Ein bisschen zu tun. Ich bin nicht heute. Okay. Sehr gut. Ah, okay. Das war ganz cool mit Ansage. Das Problem ist jetzt einfach... Achso. Ich muss halt nah genug dranbleiben, definitiv, sonst ähm, klappt das nicht. Hm. Bitch. Glauben sie ja, das wird teurer. Naja, solange ich überlebe, ist alles gut. Meten wäre jetzt eigentlich ganz nett, aber... Das wird wohl nichts. Also, Ausweichchance habe ich zwar, aber ich müsste irgendwie eine Möglichkeit finden. Zaubern auszuweichen, und das wiederum ist echt schwer, ist unmöglich. Wie du willst. Strategische Anpassung. Meine Disziplin erhöht. Ich werde mit meinen Vorteilen gehen. ... 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 Ah, Sparterei. Ah, ne. Manke Keenfeld. Der Spirit ist wieder da. Ich würde ihn nur tatsächlich mal zurückdringen könnten. Hand-to-Face-Tombat! Und der Blut spielte. Erstes Blut. Ja, das war natürlich... Jo, das war natürlich... Hm. Vielleicht sollte ich einfach mal... Der ja hier auch reingeht. Ich bin rein für mich alleine. Wunderbar zum Pushen. Da ist der gute Monkey King. Ich bin rein für mich. Ich bin rein für mich. Ich bin rein für mich. Hm. 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 Das... ...war echt lächerlich. Hm. Und hasta la vista. Ohne deine Ulti... ...kriegst du mich nicht. Good. Sure. Darauf hatte ich es doch schon in der Zeit abgesehen. Da ich sie ja noch nicht komplett bekomme. Da... ...krieg fehlt nach meinem Kill. Da ist er. Okay. Er ist nicht mehr... ...krieg. Hm. Speed is the... Mid-Tower taking damage. Be quick to me. My beard grows longer. Onward. Und da ist er schon wieder. Der gute Monkey King. Strategic deployment. Ah, er taucht auch wieder auf. Alles klar. Alles klar. 255... ...für die Wall noch... ...zurestet. Oh. Oh. Shit. Hm. Oh. Vielleicht ist die Verschwendung. Ja. Folgt mir doch. Mach den Fehler. Ich hatte genug Leben für den Spaß. Einziges eben. Rape John noch nicht. Ach scheiße. Welches Level bist du denn? Vier. Hm. Ah so. Alles vorbei. Sniper. Bisschen ärgerlich, ne? Monkey King. Ich kann nicht sehen. Und weg ist sie. Und weg ist sie. Ah. Wunderbar. Das ist doch genial. Ah. Wunderbar. Offlane. Auf. 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 What the heck. War das jetzt? Unglaublich. Die haben einfach vier Leute rausgehauen. Einfach mal so. Was ist das? Was ist das? Als du will. Die Dyer haben ihre Towers fortiert. Als du will. Wir werden die Wände, Darcy. Wir werden die Wände, Darcy. Attack! Okay. Scheiße. Nein, das war natürlich scheiße. Dumm. Oh, im Ernst jetzt? Oh, guck mal. Sehen wir ja in dem einen? Oh. Ah, ja. Natürlich. Natürlich sind wir ihn noch. Hmm. Oh, 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 oh. Hm, hm. Immer noch nicht. Immer noch nicht. Aber... Kommt immer näher ran. Was ist das? Sniper. Double kill. Well, my goodness, your top tower is being attacked. Hm. Hm, 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 hm. Hm. Ja, ich hab aber nicht viel, was ich dem entgegensetzen kann momentan. Das ist ja gesagt ziemlich überhaupt nix. Scheiße. Scheiße, im Ernst. Ah. 17 zu 3, im Ernst. Oh. Das? Ähm. Tja. Tschüss. Hm. Hm. Ich hatte ihn nicht drauf gesetzt, oder? Hatte ich? Hatte ich nicht? Nein. Oder? Ich bin mir jetzt eben nicht sicherlich nicht gesetzt, oder? Ja, es ist... Ein bisschen... Heftig. Heftig. Okay. Läuft trotz allem eher suboptimal. Beide hätt's ihn noch gekillt, aber... Irgendwie dann doch nicht. Oh wow. Ich habe das höchste Level hier. Okay. Hm. Aber wer verfehlt, den ich treffen wollte? so combine and con a lot of better going on here Na, jetzt blocken wir nicht doch. Ah. 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 Ah, ha, 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 ha. Your middle tower is under attack. Your middle tower is being eliminated. Sirene! Hm. A dominant performance. I am still dead. Two innocent lives taken. Your life, much like your head, lacked of very good. Top tower under siege. Time to face combat. Magical power. Top tower under siege. Yes. Wunderbar. Nope. Of course. Where is that? Time for life and efficient. Gut, da hatte ich dann keine Chance mehr. Au. Ist er invisible. Ist ja noch eine Chance. Ah. 4, 5, 4. Was gehen sollen, als ich noch die Möglichkeit hatte. Ja. Nichts doch betäuben. In battle, avoid what is sharp, puncture what is soft. Ah. 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 Fake. Ah. 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 Ah ah ah. Ah. Ah ah ah. Strategic deployment. Ok, der Sniper ist wieder da Ich weiß nicht, ob ich wieder kaputt gemacht Ich bin tot! Ich bin tot! So! So, machen wir doch mal 24er Lebensregeneration und Bedingungen Was ist los? Sollte doch helfen Ich glaube nicht, dass ich auf Level 15 schon Aber Oh Mambo Okay, King, ich weiß Hm War gar nicht schlecht Okay Okay Nuh um accidentally destroyed the enemy's bottom tower strategic oh tasking chief hmm nah hmm Schade, 5, 6, 7. Ich bin der einzige, der den das Wasser röcheln kann, das ist so mies. Hm, wenn das auch Iron Shell betrifft, die Range von Iron Shell, wäre das wiederum interessant. Ich bin keinem Zauberhaus gewichen. Saug ihm das Leben aus. Oh, der macht dich unsichtbar. Arme Sau, ey. Unglaublich. Das ist natürlich die Arschigkeit hoch 10 mit Bloodseeker auf der Seite. Das ist eine Arschigkeit schlechthin. Der Hammer ist ja da, am Ende wird sie ja sogar noch geheilt. Ich brauche keine Weckung. Scham. Wie du willst. Wie. Hmm. Damn. Sollen sie nicht wegen. Okay, damn. Oh, das ist nicht gut. Ich kann mich auch nicht stoppen. Ich kann mich auch nicht stoppen. Fick durch den Ball. Oh no. Es lief es fast schon gut. Wow, es ist ähm... Es ist echt eindrucksvoll. Sag mal, ist die... Wie dumm kann man sein, da anzugreifen? Speed is the heart of battle. Midtower taking damage. Was ist denn denn? Enemytowers are now invulnerable. Da. Congratulations, your middle tower. Okay. Wicked sick. Hmm. Searing pain. Your middle tower is under attack. Of course. Nope. God, ich habe eine 24er Mana Regeneration. Ich habe so eine große Regeneration. Das ist echt krass. Warum? Warum? Das ist wirklich eindrucksvoll, wie das hier vor die Runde geht. Da? Wird nicht. Wird nicht vorab. Ichheirob. F Gemeinsam. Wird nicht weg, aus. Tjaam. Okay. Okay. So. Gut, dann wollen wir mal. Lens. Das Bessere fällt mir jetzt gerade nicht ein. Das Bessere fällt mir jetzt gerade nicht ein. Ahhhh. Das Bessere fällt mir jetzt ein. Das Bessere fällt mir jetzt ein. Das Bessere fällt mir jetzt ein. Ah. Kann doch nur sein, verdammt. Ah, leckumio. Kann man nur den Tower vergessen? Soll die Grangechecken sich da hinstellen und warten? Bis kurz vor ihrem... Bis kurz vorher und... Er hat's versaut! Er hat's versaut! Ist das dein Ernst? Das krieg ich natürlich nicht. Jetzt wäre mal einer... Shit! Das war jetzt... Fail. Das war jetzt ein Fail hochziehen. Das war jetzt ein Einzelnen Tower, die du hast. War nicht so schön, wenn du sie noch hatte? Ja! Awesome! Hm. Yes. Augmented. Combine and conquer. As you will. Speed is the heart of them. Hm. Nice. Nice. Mega kill. Okay. Schirmklasse. Nicht hingehauen. Hab ich ihn erwischt? Ja. Come on. Hast du ihn erwischt hab? Nein. Farsch. 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 Hebekah. Mhm. No. Schüsse. Es ist möglich. Filter in ca. Ja. Monster kill. M billion jluines dieute. Okay. Das mit Silver. Das ist doch deprimierend genau dieselben Voraussetzungen ok so, Sniper tadaa es funktioniert Sniper wow what the heck what the heck das ist jetzt ja unglaublich ja, was ist zum meins ich kann hier alles machen oder was ok, jetzt wird er nicht mehr wenn ihr noch einen die Nachricht die nach der die sich die nach die nach ist die nach die nach die nach die nach die nach Schau! 15 und dann anfangen hier groß rumzupingen was ist hier? nach da Riesen-Bullshit Riesen-Bullshit What? Mit Trees oder ist das ein Haustier? Ach, so ein Mist Schade, ich brauche noch 3 Commands Schade, schade, schade so, jetzt haben wir 12 da würde ich doch mal sagen gehe ich mal was essen und wir sehen uns dann gleich wieder Ciao 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 Ciao